Willkommen zurück. Jetzt kann ich hier wieder nochmal reden ohne dass ich dieses Schniefen habe. Scheiß niesen. Immer muss man niesen. Die Clem-Barriere ist immer noch online. Leute ihr müsst mitkommen sonst komme ich hier nicht weiter. By the way. Geht bei mir nochmal direkt noch mehr Regeneration. So nochmal ein kritisches Wund nachher auf ihn. Und ihr habt keinen Bock dass die hier drauf gehen. Cool das hat Dull Schaden gemacht. Unglaublich. Der wird... Oh Gott. Wo ist der Magier? Ein bisschen Schaden machen wir aber. Also viel Schaden machen wir echt nicht. Mein Glaube verhelfe mir zum Sieg. Ich glaube dass er tatsächlich hier drin ist. Oh jetzt kommt der in den. Guck mal. Oh jetzt kommt der in den. Guck mal. Oh jetzt kommt der in den. Guck mal. Ich muss mal aus dem Sif raus hier. So. Der Luskanische Magier ist tot. Ich werde tun was ihr wünscht. Können ja nur die eigentlich sein oder? Prinzipiell ja oder? Andere Magier hätte ich ja jetzt nicht gesehen. Also glaube ich dass das schon richtig war. Ein Anti-Rast-Gebiet wieder. Das ist schön dass der in überhaupt kein Heil, äh nichts regeneriert. Da muss er eigentlich noch gehen. So. Okay wir speichern. Und dann müsste der Golem draußen jetzt entweder tot oder sogar besiegbar sein. Ah da sehe ich es ja tot. Cool. Hat geklappt. Also wenn wir einen Belangungs-Golem sehen. Einfach zur nächsten leuchtenden Tür rennen. So da rechts geht es noch weiter. Ansonsten ist dieses Tor hier das nächste Ziel. Ungeheuerlich. 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 Oh. Und dann ist es tot. Das ist schlecht. Äh. Äh. Was war das? Was sind das für Kampfgeräusche? Na kommst du knutschen? Geh weg. Stirb. Äh. Und jetzt geh doch mal drauf her. Ist ja peinlich. Stirb. Buff ich mich nochmal selbst hoch. Äh. 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 Mein Öl ist viel schöner als deins. Alter, die war ja nett, der Fisch und ätzend zugleich. Da hinten ist tot, also wir können wieder Geld ausgeben. Ah! Ah! Ich liebe es ja, ne? Gut, ähm, ich würde sagen Rückrufstein. Dann holen wir mal Daylen ab. Der müsste sich hier irgendwo... da ist er. Der Übergang in... So. Danke. Können wir hier mal eben rasten. Damit ich den Debuff eventuell weg habe und auch den Hauptbuff. Überhaupt generell alle Buffs kriege ich. Plus sieben Weisheit, ja ne, ist klar. Plus sieben an Weisheit, also das ist ja der Wahnsinn. Mein Debuff bleibt, aber ich habe keine richtig großen Schwächen dadurch. Ja, außer dass wir... Mit der 400 Goldmünzen. Gut. Habe ich nicht Genesung drin? Obidan, Nabora, Sessna! So. Passt. Immer eine Genesung auf der Tasche, das ist gut. Ist echt ein schöner Bug, dass man... Sobald man hier wieder reinkommt... Prompt die... ...die Sachen hat. So, wir öffnen die Tür. Dann offensichtlich war's das hier, oder? Merkwürdiger Hinterhof. Warte mal. Oh. Hup! 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 Ich werde spielen, was ihr wünscht. Bitte öffnen. Danke. So. So. Merkwürdiger Hinterhof, das heißt der muss ja irgendwo hinführen. Aha. Seht ihr das? Da ist ein einge... Wer das hat hier gesehen? Ja. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Nicht so wichtig. Ist auch ein Balor-Halbdrache. Wie komme ich denn da hin? Vielleicht von da oben. Irgendwie muss man da ja hinkommen. Und offenbar führt der zum nächsten Punkt. Dass das eigentlich recht wichtig ist. Ich hab ja gedacht hier unten. Aber gut. Hoffen Sie, dieser ist auch falsch. Hm. Das nächste Rätsel. Wie komme ich weiter? Hauseingang. Noch ein Hauseingang. Überall wo Türen auf sind, dann gehe ich hier nochmal rein. Köstet meine Wut. Ach Gott. Ein Streitkolben plus drei. Sag mal. So richtig ist das... Wäre auch nicht so das, was ich suchte, ne? Da habe ich auch schon. Da geht es dann auch zum Hinterhof. Es will mir nicht gelingen. Ach, schling, schling, schling. Wie komme ich denn da hin? Ach, schling, schling, schling. Wie komme ich denn da hin? Ich komme mal noch die anderen Hauseingänge an. Es will mir nicht gelingen. Da war ich schon. Hier war ich noch nicht. Ihr seid verloren! Das Wollen des roten Tigers soll euch treffen. Nein, der Schwede, der haben wir aber zerrissen. So. Pestopfer. Die Frage ist echt, wie komme ich jetzt weiter? Das stimmt. Wie komme ich jetzt weiter? Da ist schon wieder Dämmerung oder dunkel hier. Da habe ich auch schon. Da war ich noch nicht. Es will mir nicht gelingen. Geht auch nicht. Hm. Das habe ich eigentlich so ziemlich alles durchsucht, ne? Die Tür ist wieder... Die Tür ist zu. Warum ist die Tür zu? Es will mir nicht gelingen. Ach, weil die nie aufging. Tja. Was nun? Es will mir nicht gelingen. Wie komme ich denn zum Balor? Gut, wir werden noch ein paar Folgen wahrscheinlich herumrennen, um zu gucken, ob der Balor noch... oder wie ich da hinkomme. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Bis dann! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020